Das DSIMS 4 Moschino Accessoire Pack wurde gestern veröffentlicht, zu dem ich in diesem Video meine ersten Eindrücke und Gedanken geteilt habe. Viel Spaß beim Ansehen. Nach den anderen 14 Accessoire Pack ist heute am 13. August ein 15. dazugekommenes Moschino Accessoire Pack. Ich habe es direkt installiert, habe noch nicht reingeguckt. Natürlich, wie es sich für ein modebezogenes Pack gehört, würde ich jetzt sagen, wir starten doch direkt mal in den Ersteller-1-SIM-Modus. Dann schauen wir doch an ihr mal direkt, was es so für neue Frisuren gibt. Okay, drei neue Frisuren. Ehrlich gesagt fand ich eine, welche war das? Die hier finde ich ganz cool, aber man muss fairerweise auch sagen, dass die irgendwie wirklich alle an Frisuren erinnern, die wir bereits haben. Also natürlich, neue Frisuren sind immer gut, die gefällt mir doch auch ganz gut, aber die finde ich jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, bisschen zu normal für den allgemeinen, sonst ziemlich krassen Stil von diesem Pack. Okay, vier neue Oberteile. Haben wir diese doch schicke Lederjacke in ein paar Farbalternativen, sechs Stück. Dann haben wir hier dieses, diesen Moschino, äh, dieses Moschino T-Shirt. Finde ich eigentlich ganz cool, dieses Outfit. Das passt natürlich, weil es auch in der aktuellen Moschino Kollektion mit drin war. Obwohl ich das meinen Sims ehrlich gesagt im Alltag jetzt nicht unbedingt anziehen würde. Das hier war auch eines meiner Highlights, aber es gibt es nur in zwei Farbalternativen. Wirklich? Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber dieses Outfit gefällt mir extrem gut. Ich weiß auch nicht so ganz. Okay, falls man mal Lust bekommt, seinem Sim so ein komisches Clown-Kostüm anzuziehen, was irgendwie auch nicht so richtig 3D nach unten geht, weil der Mesh so komisch gemacht ist. Naja, aber auf jeden Fall die, die zwei hier finde ich auf jeden Fall wirklich cool. Schauen wir doch mal weiter. Was gibt es denn in den Kombinationen bei den Frauen Neues? Okay, wir haben drei neue Outfits bekommen. Einmal das extravagante Outfit. Doch, kann nicht jeder Sim tragen, aber sieht auf jeden Fall extrem schick aus. Cool, dass es, dass es jetzt auch sowas gibt. Bisschen lustig, weil ich könnte mir vorstellen, dass in der Sims-Welt die Sims die Plumbobs eigentlich gar nicht sehen können, aber weil sie ja nur da sind, wenn man sie quasi selber spielt. Aber jetzt haben sie die einfach auf ihrem Badeanzug. Das hier, ja, Basic auf jeden Fall. Gab es nicht sowas ähnliches auch schon in Großstadtleben? Aber doch, das finde ich auch ganz cool. Was mir aber jetzt schon direkt auffällt, laut EA haben ja das Moschino-Team selber die Objekte diesmal gebastelt und nicht EA quasi selber, so wie ich das verstanden habe. Aber die Farbalternativen sind hier nicht so wirklich zahlreich vorhanden. Hier passend natürlich zu dem Oberteil haben wir hier so einen Rock. Das Outfit zusammen sieht garantiert auch ganz cool aus, so in Gelb. Dann hier die passende Hose zum anderen Outfit. Und diesen Rock, den gibt es auch nur in einer Farbalternative. Was? Ah, okay, also dieses Pack wird auf jeden Fall nicht durchzogen von sonderlich vielen Farbalternativen. Hier haben wir ein paar hochhackige Schuhe. Ein paar mehr Farbalternativen. Hier haben wir natürlich auch diese Plumbob-Ohr-Stecker. Wo sehen die eben für mich, sehen die gerade falsch rum aus, oder? Also eigentlich müsste doch dieses Helle eigentlich oben sein, oder nicht? Ich denke, dass man die auch ganz gut verwenden kann, weil es halt auch irgendwie so ein kleiner Insider ist. Da zeigt man direkt, der Sim kennt die Sims auf jeden Fall. Gibt es neues Make-Up? Das wäre irgendwie cool. Das würde passen, aber nein, es gibt kein neues Make-Up. Schauen wir doch jetzt mal bei den Männern ein. Bei den Frisuren. Okay, da haben wir einmal die der Frauen, die Frisur. Und diese hier. Die fand ich wirklich cool. Also die hier ist, glaube ich, die einzige Frisur diesmal, die ich unbedingt so quasi gebraucht habe. Die ist wirklich schick. Dann Hüte. Gibt es auch nichts. Accessoires gibt es auch nichts. Und Oberteile. Das hier hatten die Frauen ja auch. Die drei hier sind neu. Das hier sieht so ähnlich aus wie das der Frauen. Die hier fand ich ja auch ziemlich schick, muss ich sagen. Die hier finde ich mega cool. Die Jacke. Auch hier mit diesem Print. Aber dann auf der Rückseite. Das... Ich weiß nicht. Also logischerweise ist es eine Kooperation mit Moschino. Aber muss das sein? Irgendwie macht das... Es hättest auch noch ein paar Farb-Alternativen ohne das Moschino-Logo geben müssen, meiner Meinung nach. Und das hier... Oh, das erinnert auch an das Outfit der Frauen. Auch die passende Hose zum Oberteil. Das finde ich ganz witzig. Ich glaube, so richtig... So was gab es bisher noch nicht, dass man eine Hose passend zum Oberteil auswählen konnte, oder? So in der Art, wie es jetzt hier ist. Auch mit der anderen Hose hier. Schuhe. Es gibt sogar neue Schuhe. Okay, ein paar neue Schuhe. Oh. Hier sehen... Warum glänzt denn das alles so? Das verstehe ich gerade irgendwie nicht so ganz. Ich meine, was soll das für ein Material sein? Und Accessoires gibt es auch keine neuen. Hier, der Ersteller-Eins-SIM-Modus ist auf jeden Fall solide. Ist jetzt nicht unbedingt der beste Ersteller-Eins-SIM-Modus von der Auswahl her, den wir jemals hatten. Aber dafür gibt es doch ein paar Highlights, die ich eigentlich ganz cool fand. Zack, schon sind wir im Bau-Modus. Und ich würde sagen, wir schauen doch jetzt direkt mal, was es allgemein so für neue Objekte im Bau-Modus gibt. Es gibt zwei neue Tapeten. Okay, aus irgendeinem Grund erinnert mich das Muster ein bisschen an Fitness-Accessoires. Aber auf jeden Fall ziemlich schick. Die Fenster. Ich möchte jetzt unbedingt doch mal die neuen Fenster sehen. Okay, da sind sie schon. Machen wir die Wand mal ein bisschen höher. Und... Ah, die sind wirklich cool. So was hat eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, auch gefehlt. Also wir hatten die zwei so in so einer Holzoptik, aber das hat man halt immer gleich gesehen. Und hier auch mit diesen runden... Ah, das wird garantiert schon von... Ich kann schon riechen, wie die Leute da die coolsten Häuser mit solchen Fenstern hier kreieren werden. Okay, hier haben wir dann auch schon alle neuen Objekte des Moschino-Accessoire-Packs. Da sind auf jeden Fall ein paar coole dabei. Schauen wir doch direkt mal durch. Da haben wir einmal hier diesen Sofasessel. Dann so ein Sofa. Und alles hier ist so ein bisschen asymmetrisch. Aber muss natürlich gefallen. Aber ich muss sagen, mir tut es in... Keine Ahnung. In mir löst es so eine innere Unzufriedenheit aus. Aber an sich sind die Objekte natürlich wirklich cool. Gibt es hier so ein neues Fotoset, was man platzieren kann. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. So als Dekoration. Die neue Kamera, die es gibt. Ich platziere das jetzt hier einfach mal so hin. Die Modellmarkierung. Das ist wirklich mal eine sinnvolle Ergänzung. Jetzt kann man, wenn man so Screenshots machen will, kann man die Sims endlich mal ganz einfach schnell an irgendeine Position bekommen. Ein neues Bild mit wieder so geometrischen Mustern. Passt zur Tapete. Kann man seine Bilder jetzt passend zur Tapete gestalten auf jeden Fall. Der neue Spiegel. Finde ich ein lustiges Objekt hier. Dieses... Diese Deko. Dieser Bär in der Low-Poly-Optik. Dann haben wir hier einen Gitarrenverstärker. Der mir doch erstaunlich bekannt vorkommt. Haben die den aus Sims Mobile genommen? Da gibt es doch auch einen näher, obwohl ich glaube, das ist doch ein anderer. Einen neuen Teppich, den es auch in ein paar Optionen und geometrischen Formen gibt. Doch. Der hier gefällt mir eigentlich besonders gut. Die anderen Muster sind eigentlich auch ganz, ganz cool. Aber ich glaube, dass ich den nicht so oft benutzen würde. Die neuen Bilderrahmen, die es gibt. Ein Dreierbilderrahmen. Ehrlich gesagt, hätte ich nie irgendwie so daran gedacht, dass man sowas einbauen könnte. Aber jetzt, wo es ihn gibt, finde ich eigentlich doch eine coole Idee. Wenn man so eine Fotowand machen will, bringt es dann nochmal ein bisschen mehr Abwechslung rein. Wir haben auch noch diese Dekoration. Finde ich jetzt nicht so toll. Da haben wir hier die neuen Bilderrahmen. Einmal natürlich vertikal und horizontal ausgerichtet. Aus irgendeinem Grund haben sie jetzt mit dem neuen Update neue Farbalternativen reingebracht. Aber die hier haben trotzdem nur so alte Farbalternativen. Warum gibt es denn hier keine bunten Varianten? Die neue Fotowand. Die es natürlich so ähnlich schon an die Arbeit gab. Aber jetzt auch ohne das ganze Zeug daherkommt. Wir basteln jetzt hier mal unser kleines Auto auf Fotostudio. Einen neuen Raumteiler. Okay, mit Glas. Hatten wir den, glaube ich, auch noch nicht. Der ist doch einmal gefühlt irgendwie in der Art mit Zeit für Freunde dazugekommen. Und seitdem packen die irgendwie ab und zu immer mal wieder so einen neuen Raumteiler mit rein. Dann die neue digitale Fotowand. Die wir auch schon im Stream gezeigt bekommen haben. Die platziere ich hier auch direkt mal. Neue Fotobeleuchtung. Obwohl man, glaube ich, die Beleuchtung auch einfach so in sein Haus packen könnte. Wenn man so ein bisschen ein moderneres Haus einrichtet. Und würde ich sagen, passt da doch auch noch rein, oder? Dann platziere ich doch mal hier nochmal diese Deckenlampen. Die sind cool. Dann haben wir hier helles Neonlicht. Okay, das hat keine anderen Farbalternativen. Aber die Farbe hier kann geändert werden, indem man einfach die Lichtfarbe umstellt. Ein wirklich cooles Regal. Aus irgendeinem Grund fahre ich immer total drauf ab. Das ist fast eines der coolsten Sachen, die dazu kommen ist, wenn es neue Bücherregale gibt. Ist das bei euch teilweise auch so? Ich weiß nicht. Weil Bücherregale kann man immer ganz gut als so Raum, als Platzfüller einbauen. Und damit wären wir eigentlich auch schon durch. Also ich denke auf jeden Fall, es ist jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so viel, außer wie ich es jetzt vielleicht erwartet hätte. Ich meine jetzt noch so ein Bett, ein Bett oder so. Und man hätte damit dann doch ganz gut vielleicht so ein Haus einrichten können. Aber so um den Wohnzimmer und allgemeinen Wohnbereich einzudecken, ist es doch wirklich ganz cool geworden. Okay, mit dem Hintergrund kann man nicht sonderlich interagieren. Die Farben muss man dann höchstwahrscheinlich im Baumodus einstellen, oder? Ja, okay, die Farben gibt es dann im Baumodus. Warum auch immer? Weil hier weiß ich, dass man den Hintergrund, das kann man uns jetzt auch nochmal ganz schnell anschauen, kann man hier per Menü auswählen. Zum Beispiel kann man hier einen Regenbogenhintergrund wählen, der hier auch diese kleinen Partikeleffekte hat, was ich richtig cool finde. Ja, würde ich sagen, was machen wir denn mal? Fotomodell für Mode engagieren. Komm, wir haben das Geld mit unseren 9000 Simoleons, dann buchen wir hier mal jemanden. Am sinnvollsten ist es doch, wenn wir direkt in die neue Karriere starten. Aus irgendeinem Grund haben sie keine neue Karriere in dem Sinne draus gemacht, sondern zu der Freelancer-Karriere eine neue hinzugefügt, nämlich die Mode-Fotografen-Karriere. Verstehe ich überhaupt nicht. Irgendwie macht das gar keinen Sinn. Weil neue Spieler, beziehungsweise Spieler, die das nicht wissen, werden sich denken, dass es gar keine neue Karriere gibt. Aber wir werden sie jetzt auf jeden Fall mal auswählen. Hm, was werden wir jetzt wohl wählen? Die Freelancer-Mode-Fotografen-Karriere natürlich. Der Stil von morgen. Schauen wir doch mal, was es so für Aufträge gibt, die wir machen können. Okay, bleibt ja nicht so viel übrig. Wie wäre es mit peppigen Pyjamas? Klingt doch immer gut im Frühlingskatalog. Wir kriegen 345 Simoleons und wir müssen am Donnerstag um 9 Uhr abgeben. Unsere Aufgaben sind, wir müssen zuerst von einem Sim in einer entspannten Pose ein Foto machen. Dann soll das erfolgreich abgenommen werden und auf Fashion-Sim-Stagram müssen wir das Bild posten. Und du lässt mal dein Foto-Model, was ich gerade bestellt habe, hier mal in Ruhe und fängst mal an zu fotografieren. Machen wir mal ein Foto von der Billy Jang. Die Pose ist auf jeden Fall witzig. So, okay, hier können wir reinzoomen und rauszoomen. Mit WASD kann sich der Simstar auch drehen. Aber ich glaube, wenn wir schon diesen grauen Hintergrund und diese hässliche, normale Umgebung im Hintergrund haben, machen wir es dann doch lieber so. Ich bin jetzt gar nicht so ein mega guter Fotograf, aber... Was machen wir denn mal? Hier im goldenen Schnitt, das Anlegen ist doch immer ganz sinnvoll. Wie wäre es so? Haben wir noch eine andere Pose, die lustig ist? Müssen wir hier draufklicken, da ändert sich die Pose. Oh Mann. Und wir können 10 Fotos schießen, die alle perfekt werden. Hast du ein paar gute Bilder rausbekommen? Ja. Ja, oder? Also auf den Vorschaubildern sieht man schon mal wirklich keine Finger oder sonstigen Kram. Kann man die jetzt hier... Okay, man kann es jetzt hier reinziehen. Hier auch. Ein hervorragendes Bild, wenn wir das jetzt hier zur Kundenabnahme schicken. Der Kunde hat ein Foto abgenommen. Was für eine fantastische Aufnahme. Perfekt. Okay. Also haben wir dann auch demnächst das Simstagram-Bild. Scheinbar. Aber ist auf jeden Fall doch ganz lustig so. Kann man sich ein bisschen kreativ austoben. Und bekommt dann das Bild dann auch selber zugesendet. Das finde ich doch cool. Okay. Ich würde sagen, das war es dann auch schon mal mit diesem ersten Eindruck. Ich bin auf jeden Fall... Ehrlich gesagt, als ich das Anfangsthema gehört habe mit Moschino, dachte ich mir so, okay, das kann schon mal gar nichts werden. Vor allem, weil mir die Modekollektion zuerst gar nicht gefallen hat. Und dann fand ich es okay. Aber jetzt im Spiel sind die Objekte doch bis halt auf ein paar Ausnahmen, was es ja irgendwie immer gibt, ziemlich schick. Und ja, also die Fotografen-Karriere finde ich eigentlich auch ganz gelungen. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, es wurde so ein bisschen aus an die Arbeit genommen. Aber dafür ist ja auch mit der Karriere und allgemein mit diesem neuen Fotografieren-System, mit dem man die Emotionen und die Pose ändern kann, dann doch auch ein bisschen was Neues hinzugekommen. Sonst wäre es wahrscheinlich wirklich doof gewesen. Aber so finde ich das doch eigentlich doch ein ganz gelungenes Pack. Es ist zwar jetzt nicht unbedingt direkt mein neues Lieblingspack, aber es ist auf jeden Fall besser als so manch andere Accessoire-Packs wie mein erstes Haustier. Naja, aber dann würde ich sagen, würde mich doch auch mal eure Meinung interessieren. Schreibt mir die doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.